Seit einigen Tagen treibe ich mich wieder im Schwarzwald. Und genau gesagt bei Jörg Sackmann. Das Hotel Sackmann steht für Familientradition in der vierten Generation. Wir sind glücklich und stolz, dass wir ein neues Kapitel in unserer Hotelgeschichte aufschlagen dürfen, sagt Jörg Sackmann zu mir. So ist heute nicht nur mehr Lebensfreude, sondern auch neuer Glanz eingezogen. In den letzten Monaten hat unser Hotel eine erstaunliche Wandlung erlebt, Joey. Im großen Stil haben wir den Hotelkomplex saniert und erweitert und sind modern, fortschrittlich und nachhaltiger denn je geworden. Jörg Sackmann sagt mir auch, gedulde dich noch ein wenig auf die neue, umfangreiche Hotelbroschüre, die ich dir leider noch nicht geben kann, bis der Fotograf alles neu eingefangen hat. Und wir dir unser Genusshotel Sackmann mit Schwarzwaldscharm und Design in vollem Umfang neu vorstellen zu können, geht es halt noch zwei Wochen. Aber den Film, auf den freue ich mich jetzt schon, meint Jörg Sackmann zu mir. Obwohl ich kein Weintrinker bin, aber ich bin fasziniert von der aufwendigen Ausstattung in diesem Weinbereich beim Hotel Sackmann. Mit eigenem Weinspezialist wird hier alles geboten, was der Wein an Gaumenfreude bieten kann. Schade, dass ich keine Reblaus bin. Jetzt geht es weiter durch die Barbereiche und zu meinem liebsten Bereich, nämlich dem Terrassenbereich und letztendlich zum Sky Infinity Pool. Aussicht in die herzerfrischende Naturkulisse des Schwarzwaldes inklusive. Hier finde ich auch meine diverse Ruhebereiche und Chill-Out-Lounges für mich abgestimmt. Platz zum Verweilen mit Schwebeliegen, Cabana-Liegen, Relax-Liegen und vieles mehr. Und dann noch der Barfuß-Skywalk. Ich spaziere hier in atemberaubender Höhe. Toll! Sie dürfen gespannt sein. Kommen Sie einfach mal in das neue Hotel Jörg Sackmann im Schwarzwald.